EZ2 Elite. Diese hat gleiche Spezifikationen wie vorherige, nur mit Duallinse. Die Duallinse sorgt für extra gute Nachtbilder und Videos bei schlechten Lichtverhältnissen. Wenn Sie eine Kamera speziell für die Nacht suchen, könnte dies die perfekte Kamera für Sie sein. Unsere Wildkameras funktionieren nach denselben Grundprinzipien. Nun, was meine ich? Jede Kamera hat Piersensoren, die Bewegung und Wärme von vorbeigehenden Tieren oder Menschen erkennen können. Es gibt eine Linse, um Fotos und Videos aufzunehmen. Mit den versteckten Infrarot-LEDs können nachts schwarz-weiße Fotos gemacht werden, ohne Kamerabeleuchtung. Unsere Wildkameras arbeiten 24x7 vollautomatisch, damit Du nichts verpasst, was in Deinem Garten oder im Wald passiert. Jede unserer Wildkameras hat außerdem eine Reichweite von etwa 25 Metern Entfernung. Du kannst wählen, ob Du Fotos machen, Videos machen oder beides kombinieren möchtest. Und jede Kamera ist zudem IP66 wasserdicht, sodass Du die Kamera bedenkenlos im Freien aufhängen kannst. Jede Wildkamera mit Installationsset. Mit diesem Gerät können Sie die Wildkamera an Wand befestigen. Befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben. Jede Wildkamera hat auch ein befestigtes Seil. Die Wildkamera kann mit dem Seil an einem Baum oder Pfosten befestigt werden, in dem das Seil hinten befestigt und angezogen wird. Jede Wildkamera wird mit Anleitung in verschiedenen Sprachen geliefert. QR-Code auf der Rückseite scannen, um Zugang zu Anleitungsvideos und Tools zu erhalten. Wie startet man mit einer Wildkamera? Es ist einfach und ich werde es zeigen. Schritt 1 ist das Öffnen der Kamera und das Einlegen der Batterien in das Fach. Schritt 2 ist das Einlegen der SD-Karte und Schritt 3 ist das Einschalten der Kamera von Aus auf Ein. Die Kamera zählt jetzt von 5 auf 0 zurück. Wenn der Zähler auf 0 steht, arbeitet die Kamera 24 Stunden am Tag für dich.